Hier ist IKTV, das Fernsehen des Isenhagener Kreisblattes. Wie langsam und saft, dass man damit fliegen kann. Tja, das ist besonders an diesem Anlass an, wir sehen also, ob wirklich fliegen wir hier und ich glaube, das ist auch da. So, das ist ein Thema, das ist ein Bremsweg. Aufwärts geht es natürlich mit 100 Kubikzentimeter, dieser Motor hat etwa 12 PS, war nicht so ganz schön, aber als Modell trotzdem eine tolle Sache. Auch wenn man die Gerichte sieht, ist es von der Abnahme. Ja. Tico! 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 Nun hat er die Landeklappen ausgefahren, das können Sie an der Unterseite der Flügel sehen. Die Erde hat ihn wieder. Sie sitzen noch in der Erde. Sehr schön, langsam vorbei geflogen. Schauen wir mal. Ja, nun aber los. Jetzt haben wir die Bonbons ausgesammelt. Die Erde hat ihn wieder.